Zivilo und Herzschneid! Es ist kein Problem! Ja! Richtig geil! Heiß motiviert, Final Four muss auf jeden Fall drin sein. Und diesmal auch ein Pokal in der Anteil. Also gegen Beton Berlin, das ist natürlich ein Pflichtsieg. Da müssen wir natürlich gewinnen, aber ich denke, Hans hat das im Griff. Geht's? Ja! Scheiß auf, Klam zum Glamour oder irgendwelche Weltstars, die Hauptsache ist, Hans-Arbeit gefällt das. Dieser Track ist für dich, ich hoffe, du behältst, was doch wichtiger ist, Hans-Arbeit gefällt das. Jo Leute, wir sind wieder zurück, Baller League Time. Erster Spieltag! Spandau gegen Beton Berlin. Die Jungs sind heiß, wir sind heiß mit Spandau. Wir haben gegen Beton verloren in der Season 1. Wir haben eine Rechnung im Osten. Deswegen wollen wir diesmal gewinnen. Wir haben leider schon ein paar für Letzte, aber das darf keine Ausrede sein. Wir werden alles geben und dann die drei Punkte mitnehmen und dann geht's weiter. Also, schaut rein, guckt! Peace! Ich bin Benjamin Bussmann, 19 Jahre, und ich bin so was von Einzelverspannen. Einzelverspannen, aber natürlich das Favorite mit den ganzen Fans, Präsidenten und so. Das ist schon eine geile Mannschaft. Ich bin richtig vor, gleich das erste Spiel. Also, ich hab mich vollkommen, dass die einfach da auf jeden Fall viele Fans haben. Die sind lautstark, macht pro uns sehr, sehr Bock. Geiles Gefühl. Ich freut mich auch wieder dabei zu sein. Mein Name ist Alvin Weber. Ich bin 21 Jahre alt. Ich spiele auf der dicken Flügelposition und auf der 10. Ich bin Justin Saumig, 24 Jahre alt. Ich bin auf der ersten Ball dabei. Das ist eine gute Bühne. Man kann ein bisschen zeigen, was man braucht, was ist schön. Wir haben jetzt jeder neue Gesichter mit dabei, aber ich glaube, Eintracht Spandau steht für sich, dass wir eine Gemeinschaft haben, dass wir alle Gas geben. Ich hab letztes Jahr bei Arzak Royale gespielt. Dieses Jahr bin ich zu Eintracht Spandau gerechselt und bin glücklich dafür. Natürlich wissen wir alle, dass das Spiel für uns und für die sehr wichtig ist, aber wir haben gestern finiert und sind alles durchgegangen. Deswegen denke ich, sind wir top vorbereitet und dass wir heute die drei Punkte holen. Hans, bester Mann. Immer sportlich, auch wenn man viel Quatsch macht. Echter Sportsmann. Richtig guter Mannschaftslider. Ich gönne den Jungs sowieso alles, aber auf dem Platz kriegt danach Liebe. Neuer Rasen, neue Bälle. Stimmung. Super. Läuft. 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 Ja das περι ohn. Glaube. Tiefsans. Schaut jetzt weg, sollte er sie auch jedes Jahr wiedergehen? Jungs, ey! Gas geben! Von Anfang an, von Anfang an! Power! Abschlüsse! Drei Ecken, ein Penalty! Vergesst das nicht! Auch wie bei uns hinten! Blocken! Versuchen keine Ecke zu bekommen! Also, miteinander reden! Agieren, Jungs! 1-3-4-0! 3-2-1 Let's go! Übertsaal! Übertsaal! Komm, komm, komm! Komm, Marc Courant! Arrête, 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 komm! Er züger, Marc, er züger! Er züger! Hey! Hey! Drei Minuten! Hey, komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Eng, 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 eng! Ich bin eng, nicht zu frei! Übertsaal! Übertsaal! Mach ihn, mach ihn! Yes! Power! Ja, ja, ja! Ja! Stutzt, Stutzt, Stutzt! Stutzt, Stutzt! Stutzt, Stutzt, Stutzt! Ja, 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 ja! Du hast zwei Minuten gespielt! Das heißt noch zwei, bis zum Roller-Game-Changer. Warte, Dreck! Dreck, Dreck! Einweg schießt! Scheiße da! Woik, woik, woik! Eintracht Spandau hat aber mal so richtig Gas gegeben für nach 15 Minuten 4 zu 0. Wir kriegen mehr Chancen! Wir kriegen mehr Chancen, weil wir müssen mehr aufmachen! Los die Chancen! Spielt das aus! In die Mitte, in die Mitte! Schieß alleine, schieß! Schieß doch! Zurück! Beton Berlin ist auch da! Okay, hier wurde abseits gepifft, deswegen das Tor erst mal anerkannt. Die Berliner Beton Berlin hat die Ref Challenge verlangt. War der Spieler im Abseits oder nicht? Luki! 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 Komm schnell! Luki! Luki! Ey, Kaste! Luki! Luki Flach dismissiert! Luki Flachsbereiten mit Regen. Ja, mal so ein Börder. Glück, dassel downloaded zeigt! 22 Minuten gespielt. Junge, 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 Junge! Junge, 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 Junge! Junge, Junge, Junge! Ja, Mann! Komm, komm, komm! Geh doch rein! Achtung! 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 Halt! Das ist doch kein Wahnsinn! Halt! 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 So, drei Minuten, die es noch gibt für die Galaxy Minutes. Nein, nein, nein! Hey, hey, hey! Nein! Halt! 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 Und damit haben wir das zweite Unentschieden. Heute 4 zu 4. Halt! 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 Und mit uns. Danke für das Spiel! Danke für das Spiel! Danke, danke, danke! Danke für das geile Spiel! Wir haben das selber auch aus der Hand gegeben. Wissen wir! Wir haben das selber aus der Hand gegeben. Das ist unser Ding! Aber das haben wir letzte Woche auch so gemacht. Wir schießen nicht mehr, weil wir denken, ihr seid Ronaldos, ich weiß nicht. Wir haben eine Torchancen gehabt, ey, der war 4-0. Wir müssen 5, 6, 7 machen. Aber wir haben gar nicht aufs Tor geschossen. Gar gar nicht die Möglichkeit, um das Tor zu machen. Jungs, kommt näher zusammen. Aber trotzdem, stolz, erstes Spiel, schweres Spiel, kein Problem. Komm, lass uns nochmal zu den Fans gehen. Komm, lass uns mal 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 zu den Fans gehen. Wir haben so einige Spieler, dicke Eier, haben gedacht, ja, machen wir schon, machen wir. Und dann kommt das erste Fehler, zweite Fehler, dritte Fehler. Und dann sind alle am Zittern, als den Ball mal nach vorne zu hauen. Nachdem wir 4-0 geführt haben, leider enttäuschend. Ich denke, wir haben das erste Halbzeit gut gemacht. Aber dann einfache Gegentore bekommen. Also ich sage ehrlich, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Niederlage. Also wenn du 4-0 führst, musst du das Spiel eigentlich sicher nach Hause holen. Wir verlieren so ein Spiel, weil wir denken, wir sind die Geilsten. 4-0 steht es. Boah, alle feiern uns. Jetzt können wir ein bisschen ein, zwei Hacke Spitze machen. Machen wir das, was wir gar nicht eigentlich nicht machen. Das machen wir nur, weil wir 4-0 am Führen sind. Und wir so dicke Eier haben und wir denken, wir sind die Geilsten. Und wie ich gestern auch gesagt habe, Jungs, ey, wenn wir die Möglichkeit haben zu schießen, müssen wir schießen und nicht nochmal quer und noch einmal quer und noch einmal quer. Wenn du den Gegner am Boden hast, musst du den killen. Musst du drauf treten, drauf treten, drauf treten, drauf treten, drauf treten, drauf treten, bis der nicht mehr hochkommt. Und das haben wir verpasst. Sonst haben wir überall gespielt, die erste Halbzeit super gespielt. Aber wir sind nicht mehr klargekommen an dem Punkt, als sie gepresst haben, dann wollten wir das gleiche Spiel weiterspielen. Das geht nicht mehr. Und das meine ich mit, ihr müsst kommunizieren, miteinander reden, miteinander sprechen. Wenn es eine Phase gibt, die nicht gut ist, dann dürfen wir den Ball einfach weghauen. Sonst ein super Spiel, besonders erste Halbzeit super gemacht. Mund abputzen, aus der Situation lernen und nächste Woche geht es weiter. Okay? Nicht Kopf runter, Kopf wieder hoch. Fehler passiert, so ist Fußball. War aber schwierig, Jungs, war eigentlich einfach. kommen 100 Fans, 150 Fans, die stehen da und wir müssen der machen. Das Spiel ist da. Die machen schon, bevor das Spiel ist, machen die Party, als hätten wir schon 8-0 gewonnen. Und so, und am liebsten weiß ich doch, wolltet ihr grad so mitmachen? Komm, genießt den Tag, noch den Abend und kommt gut nach Hause nachher. Tschau, Jungs! Ein Punkt war leider geholt, aber besser ein Punkt als gar keiner. Jetzt noch zum Abschluss guck ich mir noch die letzten Spiele an. Als Trainer, Teammanager musst du natürlich wissen, wie die anderen Mannschaften agieren. Und deswegen bin ich noch hier und schaue mir die ab. Also, danke für das Zuschauen und lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Bis dann, tschau! Big! Was ist schon ne Villa und Ferrari mit Stellplatz, wenn du nicht sagen kannst? Panzer bei Gefällt das!